Hey, was geht ab YouTube? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead. So, und wir sehen uns hier ein bisschen weiter um. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, als erstes reden wir nochmal kurz mit der Clementine. Wir haben ja letzte Folge hier die Kappe wieder besorgt. Ja, wo wir dieses kleine Camp im Wald gefunden haben. Und die Frau erschossen wurde. Okay, das war's schon. Mit ihr können wir nicht reden. Sie sieht abgemagert aus. Das ist, glaube ich, nicht so. Können wir reden mit ihr? Nein, nicht wirklich. Hm, das ist lustig hier. Wie sch***, richtig, Lee? Hey, benutze nicht Swearworte, okay? Okay. Hey, Andy. Ja. Wie ist die Kappe? Well, besser, dass wir jetzt Doc auf dem Kasten haben. Okay, schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Okay, hier ist mein Nix. Okay, da ist noch ein Heuerbrillen. Schauen wir da mal ein. Habt ihr gesehen, an der großen Tür hätte ein Vorhänge geschlossen. Ja, merkwürdig. Ja, merkwürdig. Alles sehr merkwürdig. So, ich musste kurz Strom an mein Headset anmachen. Sonst ist hier nix. Nee. So, was haben wir hier? Ja. Du hast es auch gefunden, oder? Lee, sie schünen etwas hinter dieser Tür. Ich habe einen schnellen Blick. Ich habe eine Schöne. Sie haben eine Schöne, eine Schöne, eine Schöne, eine Schöne. Ich werde nicht verraten. Es ist mein Job, zu verraten, Lee. Ich habe meine ganze Familie in diesem Kasten. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Ich werde sie nicht verraten. Ich weiß, wie du. Look, der Typ mit Katja, was er? Er hat es gut gelegt, als wir in. Ich habe definitiv gehört, ein Schöne, von der Lee. Was? Meine Punkt ist, dass wir sicher wissen müssen. Also, geh mal ein Hammer oder was, und ich werde das Ding öffnen in einen Moment. Du steigst mir auf, bis die Farmers fliegen. Ja genau, weil ich schwarz bin. Ja genau, ich weiß nicht, was ich denke, was du sagst. Jesus, Mann, ich bin von Florida. Die verrückte Scheiße kommt aus meiner Mund manchmal. Entschuldigung. Was? Siehst du die Schrauben? Insofern zu brechen die Padlocken, wir können nur die Assemble aussehen, haben wir in die Mitte, und dann wiederholen wir es wieder, wie nichts mehr passiert. Alles klar, so wie du ein Plan hast. Ich stehe da oben und schaue ein Blick auf den Mann mit der Kugel. Andy. Ich dachte, das war Danny. Alles klar. Kann ich dir helfen, Leute, zu etwas finden? Die führen doch irgendwas im Schild, da können die mir sagen, was ihr wollt, liebe Freunde. Okay. Dann werden wir draußen gleich mal ein Schraubentier suchen, aber zuerst werden wir es hier noch ein bisschen weiter umsehen. Oh, was haben wir hier? Viele Klamotten. Schuhe, T-Shirts, Dosen, Hosen. Alles mögliche. Alles mögliche. Alles mögliche. Alles mögliche. Es ist ein Schrauben. Alles mögliche. Alles mögliche. Alles mögliche. Diese Jochen. Alles mögliche. Hier können wir auch nochmal reinschauen. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Okay, schauen wir mal nach draußen. So. Schauen wir doch mal hier bei den Werkzeugen. Das müsste da irgendwie Sinn machen. Werkzeugkasten, jawohl. Schauen wir doch mal rein. Oh, hier ist ein Multifunktions-Tool. Ein Letterman oder wie das heißt. Nehmen wir den nochmal. So. Spreng wir nochmal mit Ihnen. Hey, there, Andy. Yeah. Why do you lock that door? Because we can't afford to lose our shit to the people in the woods. They come down here every once in a while to raid our stuff. Even with the fence. Danny mentioned he needed something. Did he say what? Shit, I can't remember now. Sorry. Alright, alright. Be right back, Doc. I picked up something I think could help with the lock. Alright, good to hear. Okay, let's do this. False alarm. I'm back. Oh, shit. Boah, wie können wir den denn ablenken, ne? Okay, der Generator. Das könnten wir probieren. So. Schauen wir uns den Generator mal an. Machen wir den mal aus. Gucken, was passiert. Kommt der raus? Ah, jetzt kommt der. Schau, das Ding ist der worst piece of shit. Something's always tripping the breaker. Hm. Kommt, wir probieren das nochmal. Kommt, wir probieren das nochmal. Okay, der macht den immer wieder an. Es muss irgendeine andere Möglichkeit geben. Oh, hier haben wir was. Ja, wie gut, dass ich ein Multitool habe. Machen wir das Ding nochmal auf. Tja, das Ding ist Bums. Ja, geht beides nicht. Dann machen wir den noch aus. Und machen das jetzt. Alles klar. Dann gehen wir mal in die Scheune zurück. Ich spreche mir nochmal kurz mit Kenny. Okay. 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 Komm mal an, Honey. Kenny, komm mal. Nicht die Kinder warten. Ich mache dir eine Entschuldigung. Geh das Ding weg. Okay. Und was sich hinter der Tür bewirkt, äh, verbirgt, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Also, ich danke euch fürs Zuschauen. Haut rein bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020